In der Stadt ist alles zu. Seit Oktober, November, Dezember sind alle die Schäfte, Ladebetriebe, Restaurants, Kulturbetriebe wieder im Lockdown. Das heisst, viele dieser Betriebe kommen wirtschaftlich hin. Die Stadt, der Stadtrat und der Gemeinderat haben sich darum entschlossen, ein Unterstützungsprogramm auf die Beine zu stellen, in Form von einer Mietzinsunterstützung. Vom 1. Februar an können die ersten Gesuche eingereicht werden. Lied sein set steam. Die Mittagelung reprends Chicago Co звучit. Der univers Sternte Verschädung wird die G pc. dmt. D gouvernement 2.